Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 die Treibhausgasemissionen in Deutschland auf Null zu senken. Dabei bedarf es im Bereich Wärme, der noch sehr stark von fossilen Energieträgern wie dem Erdöl und dem Erdgas abhängt, ganz besonderer Kraftanstrengungen. Spätestens aber mit Beginn der Gaskrise wurde deutlich, es ist höchste Zeit, aktiv zu werden und die benötigte Transformation voranzubringen. Dabei kommen allerdings eine ganze Menge an Herausforderungen auf uns zu, etwa bei der Dekarbonisierung von bestehenden Wärmenetzen, dem Bau neuer Netze oder der Umsetzung klimafreundlicher, dezentraler Wärmelösungen wie der Wärmepumpe. Damit lassen wir Sie aber nicht alleine. Neben der Möglichkeit zum Austausch möchten wir Ihnen außerdem mit unserem Workshop Wärmewende Impulse an die Hand geben, wie Sie als Versorger die Transformation Schritt für Schritt bewältigen können. Sie erhalten wertvolle Best-Practice-Beispiele anderer Nah- und Fernwärmeversorger und einen Überblick über Fördermöglichkeiten und Planungsinstrumente. Außerdem finden Sie auf unserer Themenseite diverse Informationsmaterialien, Tools und Mustervertragswerke rund um das Thema Wärme. Lassen Sie uns also die Herausforderung gemeinsam angehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017